So, hier sind wir wieder bei Orcs Must Die und wir gehen jetzt in das dritte Level und auf geht´s, mal ganz kurzer Schritt. So, hier sind wir wieder und wir suchen uns das aus, was wir brauchen. Bumfass. Ach, wir nehmen das Krachbumfass mit. So, dann bauen wir mal auf. Erstmal Tear. Und dann Diss, Diss. Ist nur eins. Hm. Hier, machen wir das so, genau. Und, los geht´s. Wir können aber auch erst mal oben hingehen. Muss ausprobieren. Das da. Schauen wir mal, wie es klappt. Und ich habe auch umgestellt, dass wir jetzt auch ein bisschen Ego-Shooter haben. Hooooom. Ja, hat nicht so geklappt, wie ich gedacht hab. Na joo. Bing, Bing. Headshot. 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 Na ja, wir machen noch mal ein schönes Fässlein dahin. Das sparen wir. Jetzt kommt glaube ich Bogen schützen. Genau. Die machen wir schön. Schön weg. Huch. Du Gott, das ist nicht stark. Platz da. Sie haben gesehen, wie die letzte Welle in der Höhe. Na, jetzt doch. So, Leben holen. Das wird mir mehr weh tun als dir. Ach nein, andersrum. Ach, reicht. Halt, was ist das da? Ja, hier noch eins. Jawoll. Oh nein, das ist ein Schwerverteile. Pff. Hier spricht von den Ochsen auch einfach nur grottig. Oh, eigentlich auch. Okay. Das war zwar jetzt nicht so gedacht, aber... Aber egal, aber fein. Das war schon lustig gerade. Ich liebe diesen Doppel. So. Hier setzen wir unser Festlein dahin. Und dahin. Und noch ein paar Spießer. Da, da, da. Und ja. Denk ich mal. Das reicht. Und auf geht's mit der Horde. Das ist das. Und da. Ja, jetzt nicht mehr. ja alles nicht so wie ich gedacht naja vorbesserung gibt's ja mal wieder mädchen das war noch Jawoll! Buh! Ja, aber ich benutze es gerade mal nicht so gut. Buh! Ich mag das hier, wir gehören ein wenig um! Mit den Fassern ist so ne Sache! So, mal großen Schaden! Wollt's doch was hier hinten hinkommen. Jaja. Kaboom. Nur die Bogenschützen gehen mir so tierisch auf die Nüsse. Hm. Jajaja. Schnitzel. Ich bin gleich tot. Ich muss gleich kotzen. Nimm deine Axt da weg. Uiuiuiui. Ich bin ganz schön viele geworden. Ja und wir sind verstorben und gehen auf. Dann verraten uns mit weiter. ...klarm du mir den Stimmen will. Und fertig ist sie, glaube ich. Einer im einzigen Jaaa, ein kleiner Fail Aber, naja, ihr werdet es mir schon verzeihen So, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Bis denne